Was wäre, wenn du immer genügend Zeit hättest für dich oder für die Dinge, die dir besonders wichtig sind, selbst wenn dein Kalender pro Bevoll ist? Hallo, mein Name ist Mike Leckes von Passion Profit und ich möchte mit dir heute gerne darüber sprechen, wie du dich ein für alle Mal von der Knechtschaft deines Kalenders befreien kannst und das auf eine sehr einfache Art und Weise. Doch bevor wir das tun, habe ich eine Frage an dich. Schauen wir einfach mal zurück auf die letzten, sagen wir sechs Monate. Und stellen wir uns vor, dein Kalender wäre ein Auto. Ja, warst du dann in den letzten sechs Monaten der oder diejenige auf dem Fahrersitz? Also mit der vollen Kontrolle darüber, wie du fährst und vor allen Dingen, wohin du fährst. Oder hast du dich eher gefühlt wie auf dem Beifahrersitz? Ja, ständig so ein bisschen unzufrieden über den Fahrstil und überhaupt nicht einverstanden damit, wohin die Reise geht. Oder war es vielleicht sogar noch schlimmer und du hast dich wie eingesperrt im Kofferraum gefühlt? Ja, dunkel. In jeder Kurve wirst du von einer Ecke in die andere geschmissen und du hast überhaupt keinen Plan, wie lange die Fahrt geht und vor allen Dingen, wohin die Reise geht. Hier ist der Punkt, wenn wir Dinge in unseren Kalender schreiben, dann hoffen wir oft, dass diese Zeiten zwischen diesen Terminen, dass diese weißen Zeiten praktisch für uns bleiben, dass wir in diesen weißen Zeiten die Dinge tun können, die uns wichtig sind. Aber hey, wir haben ein Business. Da gibt es immer etwas, was gerade noch wichtiger ist. Da gibt es immer etwas, was gerade noch dringend erledigt werden muss. Und da bin ich auch schon bei der entscheidenden Frage. Und die ist nämlich nicht, was füllt deinen Kalender? Sondern die entscheidende Frage ist, wer füllt deinen Kalender? Ich meine, stell dir vor, du wachst morgens auf und findest auf dem Nachttisch neben dir lange 1.000 Euro. Für was gibst du diese 1.000 Euro aus? Für ein neues Smartphone? Für einen Kurzurlaub? Oder für eine fette Party am Wochenende? Die Sache ist die, die meisten müssen hier nicht sehr lange überlegen, weil sie dieses Geld im Geiste nämlich schon lange vorher ausgegeben haben, bevor sie das Geld tatsächlich in den Händen halten. Doch wenn es um unsere Zeit geht, wenn es um unseren Kalender geht, machen wir uns diese Gedanken nicht. Wir lassen uns treiben und hoffen, dass die Zeit, dass die weiße Zeit übrig bleibt für uns, was, wie gesagt, nicht passieren wird. Doch genau hier musst du den Spieß rumdrehen. Du musst dir vorher überlegen, wie du deine Zeit verwenden willst und das dann in den Kalender schreiben. So habe ich beispielsweise bei mir jeden Tag von 5.30 bis 8.00 Uhr meine Morgenroutinen drin stehen. Meditation, Sport, etwas lesen und so weiter. Mehrfach die Woche habe ich mehrere Stunden geblockt für Projektarbeitszeit. Es ist richtig, steht fett rot im Kalender, Projektarbeitszeit. Und da kann dann kein Kundentermin dazwischen kommen. Da kann auch kein Meeting dazwischen kommen, weil die Zeit bereits geblockt ist, weil die Zeit im Voraus vergeben wurde. Und das ist genau das, was du tun musst, um dich ein für alle Mal von der Knechtschaft deines Kalenders zu befreien. Dann überlege dir vorher, für was du deine Zeit aufwenden möchtest und blockiere diese Zeit dann in deinem Kalender. Okay, das war's von mir. Und wenn dir der Tipp gefallen hat, dann gib uns einfach ein Like oder einen Daumen hoch oder hinterlass einen Kommentar. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.